hallo und willkommen zu einem video in eigener sache diesmal geht es darum dass die jugendamts mitarbeiterin die frau helen müller geborene schlangenbolz nein schwarz weißen bolz nein schwarzen bolz dass die frau helen müller wusste dass meine älste tochter die damals neun jahr suizid gedanken hatte weil sie zurück zur mutter musste aber die frau helen müller hat nichts dagegen unternommen wir wissen es ja so dass die gerichte mir vorgeworfen hatten ich würde unsere kinder schädigen weil ich sie manipuliert hätte angeblich dass sie im wechsel sagen sie würden im wechselmodell leben wollen das ist eine reine lüge vom gericht die kinder wollten immer bei beiden eltern leben im wechselmodell und alles was ich ja mache ist die kinder so zu erziehen dass sie lernen dass die eltern gleichberechtigt sind und sie beide eltern ja auch gerne haben dürfen in ihrem leben auf jeden fall gab es dann im mai 2017 diese situation dass damals eine gerichtsverhandlung war ende mai beim amtsgericht ulm beim doktor markus bühler und dem gericht war bekannt dass meine älteste tochter damals neun jahre alt von der oma ins gesicht geschlagen wurde weil meine älteste tochter eben gerne viel mehr zeit bei mir verbracht hätte und dem gericht war auch bekannt dass die tochter halbe halbe bei den eltern leben will das gericht hat aber die tochter nicht angehört wie es eigentlich die pflicht gewesen wäre hat man am amtsgericht ulm den gleichen fehler gemacht wie das oberlandesgericht karlsruhe im fall staufen und dann hat der herr doktor markus bühler meine älteste tochter damals im mai 2017 wieder zurück zur mutter geschickt ihr wisst ja von einem anderen video dass ich das dann meiner tochter erzählt haben die daraufhin suizid gedanken bekam wir zu einem psychologen ging an der kjp ulm und dort hat sie dem erzählt sie möchte das wechselmodell der psychologe hat es auch schriftlich festgehalten in seiner stellungnahme dieses gesprächs und hat dann empfohlen wir sollen sofort zum jugendamt gehen und es rückgängig machen damit die älteste tochter die neunjährige damals wie gewünscht bei beiden eltern leben kann und er hat auch gesagt der psychologe es war falsch dass der richter mit dem kind nicht gesprochen hat der psychologe hat dann auch versucht das jugendamt anzurufen hat niemanden erreicht dann habe ich am nächsten tag die frau helen müller erreicht beim jugendamt alp donaukreis in der außenstelle ehingen und habe ihr alles erzählt und dann hat die frau müller gesagt ja okay sie kümmert sich darum das heißt die frau müller wusste dass meine älteste tochter suizid gedanken hatte weil sie zurück zur mutter musste und sie wusste auch dass die älteste tochter eben noch bei mir ist für ein zwei wochen das heißt die frau müller hätte das ganze ändern können die hätte dem gericht schreiben können sich für die älteste tochter einsetzen können damit sie wunschgemäß bei beiden eltern leben kann und eben nicht mehr die suizid gedanken haben muss die frau helen müller hat jedoch gar nichts gemacht die gar nichts ist übertrieben tschuldigung sie hat dann eineinhalb jahre später ich glaube es war der 13 dezember 2018 hat sie dann in einer verhandlung auf meine frage hin ob sie denn angerufen hätte bei dem psychologe hat sie dann gesagt ja sie hat angerufen aber es sei niemand rangegangen also der frau helen müller ist das kindeswohl so wichtig dass sie wohl wissend dass ein kind suizid gedanken hat bei dem wissen es muss zurück zur mutter dass sie frau helen müller einen derartig großen einsatz zeigt dass sie behauptet sie hat angerufen aber es sei niemand drangegangen und damit hat sich die sache für die frau helen müller erledigt danke fürs zuschauen und wenn du über alle neuen videos benachrichtigt werden willst dann abonniere unseren kanal auf youtube den frei vom kanal und aktiviert die glocke dann bekommst du benachrichtigungen über wirklich alle videos und falls du selber ein fall hast über den wir berichten sollen wir machen auch gerne ein video interview mit dir haben wir schon in einigen fällen gemacht und berichten dann auch selbst über neue vorkommnisse in deinem fall dann schreib an info at freifam.de wir freuen uns auf deine e mail und bitte spendet für freifam im abspann seht ihr jetzt den link zu den informationen wie man spendet je mehr wird um so mehr fälle können wir in die öffentlichkeit bringen und dadurch auch die jugendämter und familiengerichte dazu bringen ihr verhalten zu ändern und nicht mehr wie es in unserem fall geschehen ist ein kind das bei beiden eltern leben will nicht zurück da also zurück muss zur mutter laut gericht deshalb suizid gedenken hat da hat man unsere älteste tochter völlig allein gelassen auf sich gestellt und zum glück hat sie eine derartige resilienz dass sie das hinbekommt also bitte spendet dass kein kind mehr so leiden muss unter jugendämtern und familienrichtern wie es bei uns der fall war danke nochmal fürs zuschauen tschüss tschüss z